Jungs, passt jetzt genau auf, dieser Mann hat seine Freundin studiert, schaut euch das an, er nervt sie und jetzt möchte sie ihn schlagen, aber er wehrt alles ab und sie ist richtig sauer, dass er das geschafft hat und jetzt küsst er sie. Leute, habt ihr auch eure Freundin studiert?